Hey, ich bin Astrid, bin Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Burnout-Prophylaxe und möchte ganz kurz was über Gute-Laune-Strategien erzählen. Das Ganze bietet sich an, weil ich jetzt hier gerade am Meer bin. Es ist Winter, wie wir sehen, Schnee, und die Sonne scheint ein kleines bisschen. Und ja, Gute-Laune-Strategien können wir im Laufe des Jahres eigentlich immer brauchen, aber jetzt im Winter natürlich ganz besonders. Also, zu den Gute-Laune-Strategien gehört einmal, draußen zu sein, so wie jetzt gerade. Die Gelegenheit zu nutzen, an die frische Luft zu gehen, wenn es geht, sogar in die Sonne. Dick eingepackt, ich habe hier noch meine Handschuhe, Winterjacke an und ab die Post. Oder auch Farben. Farben sind was ganz Wichtiges, was ganz Wertvolles. Also ich bin ja jetzt eher hier weiß angezogen, passend zur Umgebung, war allerdings nicht so gut. Also habe zum Beispiel bunte Kissen oder eine bunte Decke oder ein Handtuch, das bunt ist oder sowas in der Art. Bunte Kleidung, einen Schal. Oder nimm dir eine Kerze, abends auf der Couch zu sitzen. Mit einer Kerze, einem guten Buch oder einen Film zu gucken, irgendwas Schönes. Das ist auch eine klasse Idee. Oder eine übliche Technik, also vielleicht nicht ganz üblich, aber ich finde die sehr, sehr gut. Das ist das Glückstagebuch. Das heißt, du schreibst dir immer deine Komplimente auf, die du bekommst. Oder wenn du was Schönes gesehen hast. Also für mich zum Beispiel gehört ganz klar dazu, jetzt hier das einmal alles so im Schnee zu erleben. Denn das gehörte, ja, eigentlich seit immer schon auf meine Wunschliste. Weil ich halt Fotos gesehen habe, aber es nie erlebt habe. Also einfach so Glücksmomente zu erleben. Ich habe dir ein kleines Übungsheft dazu erstellt, dass du dir hier genau unter dem Video runterladen kannst. Also auf den Link klickst und runterladen kannst. Einfach damit auch du deine gute Launestrategien im Laufe des Jahres auch für die trüberen Tage einfach schon vorbereitet hast. Dazu kann auch gehören, witzige Videos zu gucken. Oder, ja, irgendwelche lustigen Filme. Oder dich ganz bewusst mit Freunden zum Spieleabend zu verabreden. Oder mit einer Freundin oder einem Freund einfach mal wieder rauszugehen. Oder ein langes Telefon nahezuführen. Oder auch mit einem Tier spazieren zu gehen. So im Tierheim, so eine Tierpatenschaft abzuschließen. Ja, also, das war jetzt ein kurzer Überblick. Lad du dir jetzt, wenn du magst, hier unten die Datei runter. Like das Video und, ja, alles Gute für dich. Bis dann. Ciao. Deine Astrid.